Hallo, du bist? Peter Schmidt von der IHK in Würzburg. Ja, du warst jetzt gerade hier bei der WBV-Fachtagung auf einem Barcamp und hast selber dort ein Thema gestellt. Worum handelt es sich dabei? Mein Thema war, der Teilnehmer will eigentlich gar keine neuen Lernmethoden anwenden oder einsetzen. Okay, und welche Anregungen hast du aus den Teilgebern daraus mitgenommen? Ja, viele Anregungen. Ich habe mir so ein paar Notizen gemacht. Also ich denke, eins der wichtigsten Geschichten war, vorher bei den Teilnehmern mal in Erfahrung zu bringen, was sind eigentlich die Erwartungen. Und um da einfach vorsichtig auch so ein bisschen aufzubrechen, ja, die Erwartungen, mit denen der Teilnehmer eben in so einen Unterricht reinkommt, ja, dass man einfach ihn nicht überfährt, überrollt, sondern da ein Stück weit auf den Weg mitnimmt. Ja, vielen Dank für deine Eindrücke.